Hallo Leute, der Bader wieder am Start. Heute melde ich mich zurück mit einem kleinen Mini-Guide, um den für viele Leute, wie auch für mich, lästigen Schnee abzuschalten. Dafür müsst ihr lediglich zwei Zahlen in der System.CFG ändern, die sich in eurem Spieleverzeichnis befindet. Wie ich bereits sagte, wird das ein Mini-Guide und wie ihr seht, ich bin bereits auch schon am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß in ArcG, bis zum nächsten Mal, euer Baderbum.